Hallo liebe Freunde, mein Name ist Alexander Ehrlich, Onk4Hope. Das ist das siebente Video aus meiner Reihe Strategie, Taktik und PR-Kampagne der Friedensbewegung. Heute habe ich euch im Fernsehen in einem Mainstream-Sender vorgeführt, wie die Framing im Hinblick auf Antisemitismus funktioniert und wie gleichzeitig Kritik an Maßnahmen, in diesem Fall konkret an der Impfung, Mainstream-fähig kommunizierbar ist. Das Wichtige dabei ist, die Zuseher nicht zu verschrecken. Man muss jeden Menschen dort abholen, wo er gerade steht. Auch im Hinblick auf das Niveau der Aufklärung. Wenn wir in den Mainstream kommen, müssen wir davon ausgehen, dass das Menschen sehen, die skeptisch sind gegenüber Maßnahmenkritikern. Sie werden jetzt seit einem Jahr bombardiert mit Informationen einer bestimmten Art und haben vielleicht wenig bis gar keine anderen Informationen gesehen. Jetzt kann man nicht hergehen und über sie drüber fahren und sagen, oh, alles was du bis jetzt gehört hast, ist von vorne bis hinten anders. Menschen mögen es nicht, ihre Meinung zu ändern und tun sich damit schwer. Das gilt für jeden von uns, auch für uns selbst. Das bedeutet, Aufklärung muss ein etappenweiser, langsamer Prozess sein. Schritt für Schritt. Wir in Österreich haben Inhalte und Ausdrucksmittel in mehrere Kategorien gegliedert in vier Härtegrade. Berichte im Mainstream erreichen augenblicklich Härtegrad 1 bis 2. Das heißt, ruhige, gemäßigte und sachliche Fragestellungen, gut vorbereitet auf Rückfragen sein und keineswegs in die beiden Fallen tappen, die uns das Framing der Regierungen und der Medien bis jetzt aufgedrückt haben. Wir sind nicht rechtsextrem und wir sind nicht Verschwörungstheoretiker. Schaut euch dazu bitte meine früheren Videos an zu diesen beiden Themen. Was dieses Video heute auf OE24 aber auch noch sehr deutlich macht, ist die Effizienz des Einsatzes. Wir müssen versuchen, da wir gegen einen übermächtigen Gegner antreten, mit möglichst geringen Mitteln eine möglichst große Wirkung zu erzielen. Heute haben wir mit zunächst zehn und am Schluss nur noch sechs Versammlungsteilnehmern zwei ausführliche, ungeschnittene und jeweils fünf bis sieben Minuten lange Beiträge in einem Mainstream-Sender bekommen, die viele, viele Menschen erreicht haben, außerhalb der üblichen Telegram-Gruppen und YouTube, D-Live und sonstigen Kanäle. Wir hatten keinerlei Kosten bis auf ein paar Plakate. Wir haben keine Technik benötigt. Alles, was wir tun mussten, ist eine inhaltlich gute Präsentation bringen und uns an die Hygienemaßnahmen im Flughafen halten, sprich Maske tragen und Abstände halten. Gut, das mit dem Maske tragen, das hat nicht 100%ig funktioniert. Schon alleine beim Interview nicht. Das bedeutet, da muss man dann eben in Kauf nehmen. Gut, da kriege ich eine Anzeige, da muss ich einen Widerspruch machen. Im schlimmsten Fall bekomme ich eine Verwaltungsstrafe wegen einer Verwaltungsübertretung oder Ordnungswidrigkeit. Das muss man einkalkulieren. Insgesamt aber mussten wir nicht zigtausende Menschen auf eine Straße stellen. Wir mussten nicht teure Bühnen aufbauen und haben aber sehr, sehr viele Menschen erreicht. Es gibt mehr Ausdrucksmittel, die genau das ermöglichen. Und wenn es nach meinem Plan geht, wird mein nächstes Video die möglichen Ausdrucksmittel der Regierungskritik behandeln und einige Vorschläge bringen, wie wir unsere Kampagne kosteneffizienter gestalten können in Hinblick auf geringstmögliches Mittel, größtmögliche Wirkung. Mein Name ist Alexander Ehrlich und so wie heute am Flughafen sage ich aus Solidarität für Israel, für die Menschen in Israel, Kurz muss weg, Netanyahu muss weg.